Ja, neben mir steht Christoph Stickel, Senior Mastering-Ingenieur aus den MSM-Studios in München, hier zur Masterclass Audio in der SAE Köln. Und Christoph, ich möchte dich fragen, hast du für unsere angehenden jungen Mastering-Ingenieurs einen Tipp parat? Oh. Hören, hören, hören. Ja, dann hört man schön, ne? Hören, hören, hören. Hören, hören, hören. Hören, hören, hören. Hören, hören, hören.